So Leute, weiter geht's mit FTL, mit der Arsenal Plus Mod. Ich würde sagen, wir zielen jetzt mal ab auf den vierten Level der Schilde. Das sollte uns doch mal ziemlich viel Sicherheit geben. Ich fahre einfach mal weiter mit dem nächsten Scrap, können wir uns das ja schon leisten. Also wie fahre ich denn hier mal rum am besten? Möglichst viel Nebula mitnehmen? Ich fahre einfach mal in den Nebel rein, mal sehen. Hier ist ein Föderationsschiff, das sich versteckt. Gucken wir mal, ob wir die entdecken und helfen können. Oh, wir haben das Rebellenschiff gefunden, was sie verfolgt hat. Oh, die haben Drohnen, drei Schilde und das hier sieht aus wie eine Rakete. Hm. Tja. Ich würde sagen, da nutzen wir mal unsere eigene Rakete, ne? Ui. Das ist wohl doch keine Rakete. Doch, jetzt schießt die Rakete los. Ui, die sind schon durch unsere Schilde gekommen. Übel. Dann baller ich mal direkt auf deren Raketen. Ei, 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 ei. Oh, voll erwischt. Gut, gut, gut. Trotzdem haben wir natürlich ganz schön einkassiert. Unsere Dawn Control ist ein bisschen beschädigt, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Oh, jetzt wollen sie auch noch flüchten. Jetzt wollen sie uns bestechen. Tja, ist eigentlich nicht wenig, ne? Aber viel ist es auch nicht. Deswegen, ich akzeptiere es mal nicht. Mit dem nächsten Schuss sind die ja fast schon hinüber. Ja, mal gucken, wie viel es jetzt gibt. Na, das ist ja wieder weniger. Vielleicht sollte ich diese Bestechungsgelder doch mal annehmen irgendwie. Zumindest, wenn es sonst nichts zu erbeuten gibt. Aber ich dachte, vielleicht dieses Föderationsschiff, was hier noch rumgeistert, dass man das irgendwie noch plündern kann oder so. Naja, ich baue jetzt mal die besseren Schilde. Das schützt ja doch enorm. Haben wir ja eben gesehen, da ging es ja ganz schön ab. Die haben uns ja nicht nur mit der Rakete getroffen, sondern auch mit den normalen Kanonen, ne? Und die Drohnen dazu. Tja, jetzt fliege ich mal hier hin, ne? Eigentlich können wir nur noch diese Sachen hier mitnehmen und dann hier unten rum. Nach da oben geht es leider nicht. Ist ein bisschen zu weit weg. Hier ist ein besonders schöner Planet. Hier ist eine Space Station. Und die fragen sich, was hier zu einer Lieferung passiert ist. Mit einer Lieferung. Und Salanius kann vielleicht helfen. Ja, vielleicht kann er helfen, ein paar einzigartige Teile zu machen aus dem Schrott. Und er macht es sogar. Jetzt wollen die das kaufen. Die wollen unseren Crewmensch kaufen. Dieser Roboter, der spart uns eine Menge Zeit. Können wir ihn vielleicht kaufen? Tja, unser Crewverkaufen ist natürlich... Normalerweise wäre ich da nicht abgeneigt, aber die haben ja jetzt schon hier ziemlich gute Fähigkeiten, ne? Also, eigentlich können wir die nicht verkaufen. Trotzdem belohnen sie uns mit 38 Scrap. Aber ich würde sagen, das investiere ich gleich mal in Energie. Die ist ja irgendwie ein bisschen knapp. Okay, weiter geht's. Hier ist ein Store, aber... Tja, brauchen wir nicht im Moment. Auf in den Nebel, oder? Wir könnten erst dahin, dann dahin und hier oben rum. Aber ich denke, hier unten rum müsste auch gehen. Da haben wir mehr Optionen. Falls wir doch mehr Zeit haben. Fällt mir ein bisschen schwer, das genau abzuschätzen mit diesen Ringen. Automatisierter Rebellen-Scout. Sieht jetzt nicht so schlimm aus. Schickt gleich eine Hacking-Drone los. Oh, unser Cloning-Bay. Das ist ja nicht so schlimm, oder? Finde ich jetzt nicht so besonders kritisch. Na? So. Womit schieße ich jetzt hier drauf? Oh, der schießt eine Mine oder sowas los? Würde ich sagen, dann ballere ich doch mal auf seine Waffen. Hat nicht getroffen. Wir auch nicht. Schon wieder Mist. Haben wir entweder extrem Glück, oder das Ding ist nicht so gefährlich. Aber die haben wir eigentlich schon so ziemlich erledigt, würde ich sagen. Ach, das Ding schießt schon wieder. Ach, die werden von den Schilden abgeblockt, na dann. Ist es ja nicht so schlimm, ne? Einmal noch. Sehr schön. Hier war ja auch eine Station, die das Ding angegriffen hat. Da müssten wir ja nochmal extra was kriegen. Investigate the Station. Ne, da ist leider nichts mehr drin. Naja, war trotzdem eine Menge Scrap für eine Begegnung. Ich kaufe nochmal ein bisschen mehr Energie. So. Tja. Distress Signal. Da fliege ich doch mal wie immer gerne hin. Oh, ein vulkanischer Planet. Distress Signal kommt von einer Station. Ihr Satellitensystem ist kaputt und sie brauchen Reparaturen. Mal gucken, ob wir was machen können. Einfach draufschießen, das wird schon helfen. Oder mit der Ionenkanone. Das, ähm, außer Gefecht setzen erstmal. Oder der Lanius, der kann vielleicht wieder helfen. Nehmen wir mal den. Er, ähm, springt einfach raus und, äh, fliegt zum Satelliten. Tja, anscheinend, äh, haben die keine Hitzesignaturen. Deswegen kann der Satellit nicht auf die, die anpeilen. Und er, ähm, schmelzt den Satelliten einfach zu Schrott. Hm. Tja. Wir, wir, ähm, kassieren das einfach ein und verschwinden, bevor die Station sich beschweren kann. Aha. Naja. Funktioniert. So, jetzt geht's nur noch hier hin und dann, äh, müssten wir eigentlich ganz gut hier oben rumkommen. Das ist zwar nicht ganz optimal, aber dieses merkwürdige System, das, äh, ging wohl nicht besser. Hallo, Travellers. Dein Schiff scheint für den Kampf gerüstet zu sein. Mhm. Ja, mal gucken, was sie uns anbieten. Wir sollen zu einem Space Dog. Achso, wir sollen einen Space Dog retten für sie. Ja, klar, warum nicht? Machen wir doch eh, dauernd. Hier ist der, oh. Da kommen wir natürlich nicht hin, ne? Wir müssen hier rüber zurück und das, äh, dann sind die Rebellen leider schon da. Hm. Wir können es natürlich trotzdem machen, ne? Da müssen wir uns halt mit den Rebellen auseinandersetzen, aber eigentlich, das ist mir zu riskant, also. Und da haben die leider Pech gehabt. Und das mache ich nicht. Da habe ich ja im ersten Durchgang schon für bezahlen müssen, dass ich zu viel Risiko eingegangen bin. Jetzt möchte ich gerne mal zum Ende kommen hier. Also in den letzten Sektor, meine ich. Ach, hier ist ein Rebellen-Scout von einem, von einer Supernova oder was das sein soll. Solar-Flares gibt es hier jedenfalls. Ja, okay, wahrscheinlich keine Supernova. Einfach nur nah an einem Stern. So, der hatte viele Waffen, aber es sieht nicht nach Raketen aus. Also ich denke, hier sollte es eigentlich keine Gefahr geben. Ja, sieht jetzt nicht so schlimm aus. Mache ich mal einfach die Schilde nieder, damit es ein bisschen schneller geht. Oh, aber nicht einmal getroffen. So viel rumgeballert und nicht einmal getroffen. Ich schließe mit Absicht wieder mit dem Prisma zuletzt. Der macht ja am meisten Schaden auf die Systeme. Zwei. Jetzt kommt ein Solar-Flair. Tja, jetzt brennt es irgendwo, aber es ist uns eigentlich egal. Das Feuer erstickt sowieso bald, also was soll's. Augment-Piercing-Injektor, was ist das? Mal reingucken, können wir jetzt nicht. Da müssen wir erstmal weiterfliegen hier. Piercing-Injektor. Wahrscheinlich sowas wie dieses Breaching-Augment, ne? Da können wir wahrscheinlich eine Waffe verbessern, dass sie durch die Schilde pierst oder so. Vermute ich mal. Eine Nachricht von einem Konvoi. Die suchen ein paar militärische Supplies. Und wir wollen unseren Reaktor verbessern. Oh ja, das machen wir, würde ich sagen. Das machen wir definitiv. Ja, das ist doch ein guter Deal. Ein sehr guter Deal. Allerdings als Begegnung jetzt nicht so toll, natürlich. Aus einer normalen Begegnung bekommt man ja eigentlich mehr Scrap, als ein Reaktor kostet. Und man muss nichts abgeben dafür. So, ich wollte das neue Aug-Band mal angucken. Shield-Piercing wird erhöht für eine Waffe. Am Sektor-Start. Ja, nicht schlecht. Dann können wir ja mal gucken, wie das funktioniert am Sektor. Dann würde ich das natürlich unserer besten Waffe hier dem Prisma-Ding geben. Ja. Das machen wir mal. Dann fliegen wir jetzt mal zum Exit. Wieder ein Scout. Der attackiert schon wieder an Außenposten. Das ist doch schön. Also, für uns. Für den Außenposten nicht so ganz. Aber das gibt ja immer schön viel Loot, wenn wir dann auch noch den Außenposten irgendwie ausnehmen können. Oh, unsere Schilder hat er. Oh. Das wäre aber sehr ungünstig. Wenn er jetzt auf uns schießen kann ohne... Da muss ich mal die Raketen mobilisieren und versuchen, möglichst viel von seinen Waffen klein zu machen. Weil wenn er jetzt auf uns schießt ohne Schilder... Oh, eine ist vorbeigeflogen. Achso, jetzt sehe ich, wie das funktioniert. Der reduziert die jetzt nach und nach. Das ist auch kein Trost. Denn die sind ja dann trotzdem gleich weg. Ich hoffe mal, wir kriegen die noch klein vorher. Oh ja, das hat geklappt. Das ist ja. Also, diese Heiken-Jones, die können ganz schön reinhauen. Wenn man da Pech hat. Ich zerstöre jetzt mal das Drohnending. So, jetzt ist sie auch... ...außer Gefecht oder... ...zumindest inaktiv. Aber ich denke mal, das haben wir jetzt auch eigentlich schon gewonnen hier. Sehr schön. Mal gucken, was der Außenposten jetzt sagt. 22 Scrap. Oh, und der Außenposten dankt uns. Das ist aber sehr großzügig. Also 40 und ein paar Raketen. Nicht übel. Jetzt haben wir ja ohne Ende Scrap. Muss man eigentlich investieren, ne? Ich würde sagen, wir springen erst mal in den nächsten Sektor. Manchmal sieht man da ja vielleicht einen Store gleich am Anfang. Ah, Lanius Control. Da gehen wir doch wieder gerne in. Wieder ein Jupiter hier. So, jetzt können wir wieder Special Features benutzen. Jetzt benutze ich mal diesen Piercing Injector, ja? Hm, ähm, ja. Kann ich jetzt eins aussuchen? Genau. Prisma Laser, den nehme ich. Hm, da steht jetzt ein Pfeil, hm? Das ist das Upgrade. Hm. Ach, der Injector ist jetzt komplett weg. Ja, ja, das macht Sinn, ne? Ist eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Äh, ja, den muss ich jetzt wieder einstellen. Die Waffe hier, die ist jetzt rausgeflogen. Der hat anscheinend komplett neu generiert und sie uns gegeben. Ja, jetzt haben wir Shield Piercing 1. Das ist, ähm, das ist extrem nützlich, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, diese Waffe feiere ich ja immer zuletzt und meistens ist ja noch ein Schild übrig dann, ne? Und da würde er dann durchschießen. Das ist schon enorm gut. Oh, gucken wir mal, was hier so ist. Also, ich sehe leider keinen Store. Hm. Ich würde sagen, wir geben dann mal ein bisschen was aus. Das schützt einen ja schon extrem, wenn wir ein bisschen mehr Engine, ähm, ja, ausbauen, ne? Einer ginge noch. Oh, soll ich ein bisschen Geld sparen für den nächsten Store? Ich, eigentlich, also wir, wir haben jetzt mindestens zwei Begegnungen, bevor wir einen Store sehen. Äh, ich würde sagen, ich lasse es mal erstmal so. 45 Prozent, ich glaube, jetzt steigt das sowieso nur noch, ähm, weniger. Ja, jetzt kommt, äh, nur noch drei dazu kommen jetzt. Na gut. Dann fliegen wir mal zum Distress-Signal. Mal sehen, wer da um Hilfe ruft. Ein Schiff, äh, fliegt durch irgendwelche Trümmer rum. Ihr Antrieb ist kaputt. Sie wollen ein bisschen Fuel haben. Hm. Also, Fuel ist irgendwie immer knapp bei uns. Deswegen greifen wir sie mal an. Aber ich würde trotzdem mich gerne entschuldigen. Also, ich entschuldige mich und greife an. Oh, das ist aber eine fette Beam-Weapon. So, mal zusehen, dass sie nicht zum Schuss kommen. Also, zumindest nicht, äh, ohne Schilde. Oh nein, das sind die Waffen. Na gut, das ist halb so schlimm. Ich denke sowieso nicht, dass die hier durchkommen. Das ist wohl auch eine Beam-Weapon, hm? Also, dann kommen die ja überhaupt gar nicht durch unsere Schilde. Dann könnte ich eigentlich mal versuchen, die Crew umzumieten. Ja. Ich würde sagen, ich balle einfach auf dem Oxygen rum, hm? Wieso ist hier eigentlich so viel Reload-Zeit? Achso, weil wir das neu umgeordnet haben. Hat mich durcheinander gebracht. Okay, los geht's. Rauf aufs Oxysystem. So heißt meine Staubsauger übrigens. Oxysystem. Wirklich. Volltreffer. Sie gehen reparieren. Eigentlich müsste ich jetzt ein bisschen vorsichtiger schießen, hm? Tja, die reparieren das. Das ist natürlich ein bisschen blöd immer hier, wenn die Waffen außer Gefecht sind. Dann reparieren die und, hm, wir kommen nicht zum Schuss. Also, eventuell wird das nix hier, denke ich. Dauert einfach zu lange. Müssen wir vielleicht mal einen Schuss loslassen auf das System hier. Ich würde sagen, da nehme ich mal die Raketen her. Wir haben ja wirklich ohne Ende Raketen, ne? Jetzt schieße ich das nochmal kaputt mit dem Prisma-Teil. Das Ding ist immer noch im Betrieb, aber schwächer halt. Kann ich nochmal eine Rakete reinschießen? Ach, ich glaube, das wird sowieso nix. Die haben nur noch fünf Hitpoints, also das läuft nicht. Das wird nix. Hm, ich denke, wir brauchen wirklich irgendeine Waffe, die auf die Crew schießt und nicht auf die Hülle. Das mit der Drohne ist ja leider ein Reinfall gewesen. Die hat zwar fleißig geschossen, aber niemanden getroffen. Jetzt sitzen sie beide im Oxy-System. Ich würde ja gerne, aber... Hm, ich glaube, das wird nix. Hm. Hm, nee. Das läuft nicht. Die haben einfach zu wenig Hitpoints da. Das wird nix. Ja. Da müssen wir uns so wen anders suchen. Ich glaube, ich habe das erst einmal geschafft, ne? Die Crew zu killen. 62 Scrap, das ist aber ne Menge hier, du. Das ist, glaube ich, Rekord. Auf zum nächsten Distressing nun. 62. Und das war ja Leute, die man eigentlich gar nicht angreifen sollte. Also, das lohnt sich schon. Hier ist schon wieder ein Distressing the Pirate Trap. Oh, 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 so viele Raketen. Das ist nie, das ist nie gut. Hm. Da würde ich sagen, schieße ich gleich mal Raketen auf ihre Waffensysteme und hoffe, dass das reicht. Zumindest für die Raketen. Na, komm. Oh, einer hat nur getroffen, immerhin. Und wo geht es hin? Miss. Miss. Sehr schön. Gut, dann, äh, ja, wir müssen die Raketen außer Gefecht setzen. Das hilft alles nix. Sehr schön. Wenn sie die jetzt wieder instand setzen, dann habe ich ja zur Not noch meine Raketen, die ich da dann gleich drauf schicken kann. Machen sie sogar. Aber ich denke, wir kommen noch zum Schuss vorher. Ja. Nein. Keiner hat getroffen. Wieder nur eine. Jetzt kriegen wir noch noch einen Schuss ab. Unglaublich. Miss. Also die Engines lohnen sich schon ein bisschen. So. Oh ja, diesmal haben wir aber schön getroffen. Die wollen uns bestechen. Ich hatte ja gesagt, eigentlich will ich das machen. Weil das ja irgendwie mehr ist. Deswegen nehme ich es jetzt mal an. Drei-Fuel ist auch sehr schön. Hier war ja auch nichts, was die irgendwie angegriffen haben. Was wir beschützen konnten. 192 Scrap. Also ein Store wäre jetzt wirklich mal eine schöne Sache. Ich fliege mal links oben rum, damit wir so viel wie möglich sehen und ein Store finden. Ein unbemannte Scrap. Ich schicke mal einen anderen von uns hin, dann können die sich ein bisschen beschießen. Das ist ja auch mal eine nette Abwechslung eigentlich für die Crew. Was ist das hier? Ist das auch eine Rakete? Nee. Gut. Oh, das ist aber eine Rakete. Hm. Das ist echt ein Nachteil, wenn man die Waffensysteme nicht kennt. Die Mod ist ja neu für mich, deswegen... Oh je. Konnte ich das noch nicht so richtig beurteilen. Was hier was ist. Also im Grundspiel, da kenne ich natürlich alle Waffen und da weiß ich dann genau, was ich tun muss bei jedem Kampf. Na, wie lange ist der denn Mind-Controlled? Ich glaube, ich sollte vielleicht mal auf das Mind-Controlled-Ding schießen. und vor, der da was kaputt macht bei uns. Nein, jetzt ist der Raketenwerfer wieder in Betrieb. Ich nehme die Raketen jetzt. Wir haben ja eh genug Wasser. Gut. Gleich mal auf die Schilde. Und danach können wir das Mind-Controlled-Ding ja mit der dritten Waffe beschießen. Die geht ja sowieso durch ein Schild jetzt. Können wir jetzt mal eine Aktion beobachten. Oh ja. Das funktioniert. Jetzt haben wir alles mal ein bisschen behakt. 25 Scrap, das war's. Ach ja, den Engine sollten wir vielleicht reparieren. Ich mache mal die Clone-Bay wieder an, damit die geheilt werden während des Jumps. Steht ja hier. He'll screw every eight Hit-Points. Äh, every jump eight Hit-Points. Die Musik im Hintergrund ist mal wieder sehr grenzwertig. Okay, weiter geht's. Ja, ich hoffe mal, hier wird irgendwo ein Store sein. Ich glaube, es gibt in jedem Sektor Stores. Hm. Hier ein Lanius, äh, Schiff kontaktiert uns und möchte ein bisschen, ähm, Fuel. Metall haben sie genug, aber sie wollen Fuel. Hm. Minus 40 Fuel für 40 Scrap. Ist eigentlich nicht schlecht, aber mal gucken, was unser Lanius Crew-Member aushandeln kann. 3 und 32. Hm, naja. Besser würde ich das jetzt nicht nennen, ne? Aber... Naja, machen wir mal. So viel Scrap. Das können wir ja beim nächsten Store billiger wieder kaufen. Hm, wo fliege ich denn jetzt mal lang? Ich meine, Abstecher nach hier unten, dann können wir hier sehen, ob's Stores gibt, aber... Da kann ich natürlich schlecht hinfliegen. Da müsste ich hier über den Exit und dann verschenken wir natürlich intern, ne? Deswegen würde ich sagen, fliege ich mal hier oben rum. Die Hintergründe sind wirklich toll. Es gibt da auch so ne Mod, da hat man Better Planetary Screens oder wie die heißt. Aber die hier sind noch besser, also... Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht die verbesserte Version dieser Mod ist. Die hier mit eingegliedert ist. Hier sind ein paar Scavenger im Asteroidenfeld. Ohne Hacking Drone, sind das unsere Schilde? Nein, das ist natürlich besonders ungünstig im Asteroidengürtel. Und, äh, bordelt haben sie uns auch. Oh, oh, das sind tatsächlich unsere Schilde. Ich würde sagen, dann feuere ich mit der Rakete am besten direkt mal auf ihre... ...auf dieses Kontrollding, hm? Don't Control. Hoffen wir mal, wir erwischen die. Bumm, da haben wir schon einkassiert vom Asteroiden. Gut, jetzt laden unsere Schilde, sehr schön. Dann zerstöre ich mal schnell die Waffen. Ups. Oh, da haben wir schon wieder einkassiert, weil die Schilde gerade aufladen. Gut, jetzt sieht's besser aus. Ist das hier unser? Ach ja, das ist der Slugger, der ist mal wieder am Leben, kurz. So, ähm, jetzt haben wir die ja eigentlich schon außer Betrieb, ne? So gut wie. Würde ich sagen, feuern wir mal fröhlich drauf. Jetzt wollen sie flüchten. Und jetzt wollen sie uns bestechen. 3 Fuel, 29 Scrap, ja, nehm ich mal. Ich hatte mir ja vorgenommen, dass das wahrscheinlich meistens besser ist. Tja, weiter geht's. Keine Stor ist in Sicht. Geh ich mal dahin. Schon wieder ein Lanius-Chip. Automatisierter Scout. Ach so, ein Lanius-Chip, das gerade einen automatischen Scout absorbiert. Hm. Vielleicht können wir die Lanius vertreiben und den Scout erbeuten. Oh, schon wieder so eine Hacking-Drone. Das scheint wohl irgendwie deren Spezialität zu sein. Gucken, was sie treffen. Muss sie nach Waffen. Ach ne, nur die Drone-Control. Na gut, das können sie ruhig, äh, hacken. Das macht mir jetzt wirklich nix. Tja, ich bin nicht so ganz sicher, ob das hier vielleicht eine Rakete ist. Ich glaube nicht. Ich schieße trotzdem mal auf die Waffen. Oh ja. Da haben wir aber ganz schön gut, gut getroffen. So gut, dass sie gleich flüchten wollen. Hiermit mach ich jetzt die Engines nieder. Die können doch eigentlich gar nicht flüchten, wenn sie gar keinen Piloten im Cockpit haben. 57 Scrap, nicht übel. Und jetzt kommt noch der Scout. Oh ja. Uh, wir können durch die, ähm, durch den Scout, äh, falsche Daten senden. Und die Flotte ist jetzt um eine Runde verspätet. Oh, das sind aber 373. Uiuiui. Wir brauchen unbedingt, äh, einen Shop, damit wir auch reparieren können, ne? Hm. Hier scheint ja nirgendwo was zu sein. Was machen wir denn da? Hm. Die können wir sowieso nicht anfliegen, da müssen wir ja wieder zurück werden. Das geht ja überhaupt gar nicht. Hm. Hm. Dann können wir eigentlich nur diese Punkte hier abklappern und... Tja. Dann mal sehen, ob die noch gehen. Hm. Geht auch nicht. Ich muss ja irgendwie einen konstanten Weg plotten, sodass wir nicht eine Location zweimal anfliegen, denn da... kommt ja die Rebellentruppe trotzdem näher. Intruders on board. Ui. Na, das ist ja... Ich hoffe mal, das sind keine, die anaerobisch sind, denn das wäre ein Problem. Ich mach mal die Cloning Bay an. Ah, Mist, das sind tatsächlich anaerobische. Oder Leute mit Masken, oder was? Vielleicht sollte ich mal den Text lesen, der da immer so steht. Ja, gegen die haben wir natürlich keine Chance hier mit unseren Schwächlingen. Müssen wir ja mal schnell Nachschub schicken. An unseren Geklonten. Oha. Ich glaube, das Dronending, das können wir schon vergessen. Mal gucken, ob die Hülle darunter leidet. Oh, ja. Oh, das ist aber sehr ungünstig. Das ist extrem ungünstig. Aber wenn sie nicht bis ganz nach unten kommen, dann leidet, glaube ich, nichts. Also bei den Waffen, da können sie ruhig mal ein bisschen Zeit verbringen. Ich denke, das werden wir schaffen, bevor die da was zerstören. Alle zwölf Sekunden klont sich ja einer. Oh, unser Rocktyp, der kommt aber wie gerufen hier. Der hat ja 150 Hitpoints. Ich denke, der wird die schon alleine jetzt mittlerweile schaffen. Ja, und das war's. Jetzt müssen wir reparieren. Ja, und wir müssen natürlich warten, bis die ganze Crew wieder da ist. Da ist ein Loch, macht nichts. Tja, der Rock, der nippelt jetzt wieder ab. Ich schick die einfach mal alle zum Reparieren. So, die Reparaturen sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Leute wieder geklont werden. Können sie eigentlich mal das Loch zumachen, ne? Damit sie am wenigsten irgendwas zu tun haben. Und das sieht ja auch nicht aus, wenn das Schiff hier mit Hull-Breeches überall, mit Löchern übersät, wenn wir da durch die Gegend segeln. Also, muss ja nicht sein, ne? Ja, den brauchen wir noch jetzt. Und dann können wir weiterfliegen. Das ist der Typ, der die Schilde bemannt. Der fehlt jetzt noch. So, den Rest brauchen wir nicht. Gut, weiter geht's. Ja, dann geht's ja eigentlich nur jetzt einen Weg lang. Ich glaube, mit Store, das wird erstmal nichts. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon einen gesehen. Handelschef, wir fragen, ob sie Hilfe brauchen. Ja. Die haben keinen Plan, wie das funktioniert, was die Lanius machen. Hey, vielleicht können wir denen wieder helfen mit unserem Super-Crew-Member. Hm, oder? Ach, sieh an. Das sehen wir jetzt nur, weil der Slugger telepathiert. Also, die sind ja wirklich praktisch, diese Slug-Typen. Hast du da beam? Ne, der war nicht gut. Den haben wir schon mal gesehen im Store. Advanced FTL brauchen wir auch nicht vor allem. So viel Scrap. Das können wir ja auch normal kaufen. Na, diese Drohnen, die kennen wir ja schon. Dann, äh, gucken wir mal, wie der Lanius helfen kann. Ach so, der macht das einfach billiger. Ach, jetzt gibt's auch andere Sachen. Drone Accelerator. Ne, ne, das kennen wir auch schon. Ogre Missile Battery, das klingt interessant. Gauss Defense Drone. Hm. Defense Drones, die brauchen wir natürlich zur Raketenabwehr, ne? Waffen haben wir eigentlich genug, auch wenn das Ding hier ziemlich gut klingt. Ich nehme mal die Defense Drone, die fehlte nämlich noch. Gucken, was Gauss bedeutet, ob das irgendwie eine Besondere ist. Der benutzt eine Gauss-Weife, um ankommende Raketen abzuwehren. Der Hersteller garantiert die Zielsicherheit. Cooldown eine Sekunde. Kostet nur einen Power. Vielleicht ist das die Besonderheit. Ich meine, die kosteten sonst zwei Power, die normalen Defense Drones. Zu wenig Energie, dann... Wir haben ja genug, also... Kaufe ich mal ordentlich Energie. Ja, und dann klappern wir hier die letzten Locations noch ab, ne? Mit Store, das wird wohl erstmal nix. Schade eigentlich, so viel, also da könnten wir gute Sachen kaufen. Joa, mal wieder Lanius. Oh, da ist ne Rakete. Dann können wir ja jetzt mal die Defense Drone ausprobieren. Mal sehen. Ob die auch die gegnerische Drohne abschießt? Oh ja. Achso, das ist die Hacking Drone. Ja, Accuracy. Gementi's Accuracy. Haben wir direkt mal gesehen. Ja, ich hoffe, er trifft wenigstens die Raketen. Da löst sich unser Sultan auf. Jetzt ist deren Rakete schon abgeschossen. Ich hoffe mal, der wehrt die jetzt ab. Na? Wo ist denn die Rakete? Kann sein, dass unsere Schüsse die Rakete getroffen haben. Das passiert nämlich auch manchmal. Glaube ich, aber ich bin grad nicht sicher. Oder er hat die abgeschossen und ich hab's nicht gesehen, also... Wenn man hier im Let's Playen muss, dann kriegt man auch nicht alles mit, hab ich gemerkt. Ich hab tatsächlich die Videos mal angeguckt und gemerkt, dass ich viele Sachen gar nicht gesehen hab. Zum Beispiel, dass hier die Ausweichchance steht zum Beispiel und das Oxygen. Das ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen in der ersten Runde. So, die wollen sich jetzt ergeben. 4 Fuel. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das machen wir mal. Ja. Weiter geht's. Wir dürfen wirklich nicht viel Schaden jetzt nehmen, denn wir haben nicht mehr viel Hülle. Schilde. Das ist eigentlich das Einzige, was uns jetzt stoppen könnte, denk ich mal. Weil wir haben 4 Schilde, wir haben jetzt eine Defense Storm, wir haben alles. Hier flüchtet Zivilisten von Alanius Craft. Die Zivilisten wollen uns helfen, äh, rufen nach Hilfe. Die wollen uns schmelzen. Ähm, okay. Keine Weapon Signatures entdeckt. Gut, äh, muss uns Alanius mal wieder gucken, was da los ist. Die suchen eine Handelsgilde, mit denen sie handeln können. Hm. Ja, wir schlagen vor, dass sie bessere Übersetzer entwickeln, bevor sie sich an sowas ranwagen. Oh. Die fungieren tatsächlich als Handelsposten. Das kommt ja wie gerufen. Gleich mal reparieren. Hm, was haben wir jetzt hier? Sensors. Ach nee, also die brauchen wir eigentlich nicht, ne? Also, das, das haben wir nicht nötig. Door Control auch nicht. Artillery. Hm. Ja, ich mein, eigentlich sind die nicht schlecht, ne? Können wir eigentlich mal kaufen. Die schießen, glaub ich, an den Schilden vorbei, ne? Mal nicht. Sag mal hier, Shield Bypass. Hm. Ne, das muss nicht sein. Explosive Replicator. Ach, nun, dann könnte sein, dass man manchmal eine Rakete spart. Das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Allerdings haben wir ohne Ende Raketen. Also, hm. Ist eigentlich nicht nötig. Detects Location of Lifeforms. Och. Brauchen wir auch nicht, wir haben noch einen Slugger. Tja. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal die Artillerie, ne? Einfach, weil wir zu viel, zu viel Scrap haben, kaufe ich das jetzt mal. Das belegt, glaub ich, auch keinen Platz. Das ist ja ein eigenes System, das kriegt dann hier einen Raum, meine ich. Oder auch nicht? Hat das hier keinen Raum? Ach so, wahrscheinlich... Doch, da ist es ja. Habe ich nicht gleich gesehen, ja? Ja, das verbraucht keinen Platz, also... Das können wir benutzen einfach, ne? Energie verbraucht es natürlich. Und die kaufen wir mal. Dass man gleich mit zwei Stufen startet. Hier. Cooldown einmal. Fires Debris. Ach, das ist gar nicht mehr so wie im Grundspiel. Fires Flak Artillery. Hm. Also, das geht doch nicht an den Schilden vorbei. Aber es ist natürlich trotzdem gut, um die Schilde niederzumachen. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein guter Kauf war. Aber naja, wir haben ja genug. So, hm. Dann fliege ich mal dahin. Ich denke, danach müssen wir zum Exit. Das wird wohl für den zweiten Punkt nicht reichen. Schon wieder ein Lanius-Chip, das Garten Zivilisten aufgabelt. Mal gucken. Request some Scrap. Ja. Hm. Haben sie uns einfach 37 gegeben. Tja. Ja, jetzt müssen wir zum Exit, oder? Wir müssen wieder einen Extrakampf riskieren. Hm. Tja. Also, eigentlich können wir das mittlerweile schon riskieren, ne? Mit vier Schilden, so viel Offensivpower und einer Defense Drown. Also, eigentlich kann man nicht besser vorbereitet sein. Deswegen mach ich das jetzt mal. Obwohl ich mir geschworen habe, kein Risiko mehr einzugehen. Aber irgendwie, man muss ja auch ein bisschen spielen, oder? Hier ist schon wieder Lanius-Händler, der will wieder tauschen. Raketen für Scrap. Also, ich finde sieben Raketen für 13. Da behalte ich lieber die Raketen, hm. Gucken, was mit ihrem Translation-Devices. Translator für 30 Scrap kaufen. Was soll ich damit? Wofür ist denn ein Translator? Hm. Ich meine, wir haben genug Scrap und ich könnte ihn jetzt einfach kaufen. Das Problem ist nur, der belegt wahrscheinlich in Augmentation-Dingen, ne? Hm. Ich würde sagen, ich kaufe es mal einfach nur, weil ich neugierig bin. Oh. Das ist einer von den Lanius-Menschen. Robotern, oder was die sind. Der ist der Übersetzer. Hm. Tja. Würde ich sagen, entlass mal den Rock-Typen. Der ist sowieso zu nichts Nutze. Und jetzt haben wir wieder einen Crew-Member. Engine. Wen haben wir denn im Engine? Wie gut ist der denn? Ah, der ist wahrscheinlich schon besser, ne? Joa. Dann ist der jetzt Backup hier. Bei den Waffensystemen. Gut, dann, äh, jetzt kommt der große Kampf. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren und keine dummen Fehler machen, denn diese Kämpfe sind immer sehr hart. So, was hat der denn alles? Sieht nur nach Strahlenwaffen aus. Aber vier Schilde, das ist natürlich heftig. Naja, die Defense-Strone, die brauchen wir dann nicht. Die hinteren, hier, die grünen Schüsse, da habe ich natürlich ein bisschen Angst vor. Ich würde sagen, ich gebe ihm gleich mal die Rakete hier auf seine Waffensysteme, oder? Hm. Ne, ich würde sagen, ich nehme ihn gleich komplett auseinander mit den Schilden. Oh ja, zweimal getroffen. Einen Schild weniger. Und jetzt kommt der Rest. Ha, Schild ist schon ungenietet. Oh, der macht aber ganz schön... ...jetzt schnell die Waffen und den Rest. Eigentlich können wir hier auch mal ein paar Raketen benutzen, oder? Also, ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Oh, oh, jetzt kommt die grüne Waffe. Mal gucken, was die bringt. Eigentlich müssten wir es ja überleben. Ach, das ist nur so eine Beam-Waffe, oder was? Oder war er das? Ne, das war er, ne? ASB kommt immer noch. Gut, bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Oh ja, jetzt, ne? Bumm. Macht einfach drei Damage irgendwo. Naja, zwar nicht schön, aber... ...kann man verkraften. So. Das war ja gar nicht so schlimm, ne? Kriegen wir sogar einen Fuel dafür. Jetzt hau ich mal lieber schnell ab, bevor die da hinten wieder ballern. Piraten oder Soltan controlled? Hm. Soltan steht ja hier. Ist das ein Fehler? Ich würde sagen, besuchen wir mal die Piraten, mal gucken. Das ist jetzt der letzte normale Sektor und hier kommt dann der Endkampf. Ja, kommt eigentlich schon recht passend, denn wir haben ja eigentlich fast alles ausgebaut und Scrap ohne Ende. Trotzdem würde ich mal sagen, wir brauchen einen Store, um mal irgendwas Schönes zu kaufen. Zum Beispiel den Tan Cloaking Device können wir mal kaufen. Jetzt können wir wieder Special Features benutzen. Dann versuche ich mal diesen Automated Reloader. 7 Raketen, 2 Drohendinger und 70 Scrap. Und äh, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, was das bringt. Noch einen automatischen Reloader und was haben wir davon? Wirken die dann kumulativ oder was? Ich probier's mal. Ich bin neugierig. Hm. Sagen wir mal 2 davon. Und das wirkt jetzt, oder wie? Kann ich das irgendwie nachprüfen? Ich glaube nicht, ne? Tja, wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich sagen, es ist ein bisschen besser geworden. Und äh, rein von der Logik her müsste es ja besser sein. Warum sollten die das sonst anbieten? Hier ist natürlich jetzt ein Store. Ja, da müssen wir wohl hin, denn wenn wir oben rumfliegen, dann fliegen wir oben rum. Dann kommen wir nicht mehr zum Store zurück. Tja, es ist ein bisschen Pech, aber mal gucken, was die für 100 Scrap haben. Mind Control. Tja, könnte nützlich sein, wenn man die Crew zerstören will, aber reicht ja nicht, ne? Cloaking ist natürlich jetzt zu teuer. Wollen wir was verkaufen können? Ne, ne? Höchstens den extra Reloader, aber das wäre ja ein bisschen blöd. Außerdem weiß ich nicht, ob der nicht doch wirkt, ne? Wenn doch, wäre das ja nicht schlecht. Jetzt haben wir hier für schöne Drohnen, ne? Defense Drone Mark II. Laserpulses, 600 Millisekunden, aber 2 Power. Tja. Combat Drone? Ne, brauchen wir nicht. Flakdroh, ne? Ne, ne, ne. Tja, kaufen wir Mind Control? Das klingt eigentlich nicht übel. High King Drone wäre auch nicht schlecht, ne? Ich bin natürlich nicht sicher, wann man die losschießen kann, ob man damit gleich am Anfang den Vorteil erarbeiten kann. Ich vermute mal, die meisten Gegner haben mittlerweile sowieso Defense Drones, die die gleich abballern. Hm. 100 ist auch extrem teuer. Ich denke mal, ich mach mal Mind Control. Das klingt irgendwie lustig, das... Das versuchen wir mal. Außerdem ist das ja so ein Extrasystem. Und ein bisschen reparieren mach ich auch noch. Wollen wir auf Nummer sicher gehen, ne? Gut, das war's schon wieder mit dem ganzen Scrap. Hatten wir nicht vor kurzem noch 375, was ist damit passiert. Na gut, jetzt bin ich mal gespannt, wie Mind Control funktioniert. Hm, hier, Zivilisten gibt's hier nur. Die wollen ein bisschen mit uns handeln. Hm. Raketen für Drohnen. Tja. Oder Fuel für Raketen. Ne, Fuel haben wir sowieso zu wenig. Ich würde sagen, machen wir das mal, wir haben ja... Nein, wobei, wir haben so viel Raketen nach. Nix machen wir. Passt nicht für uns. Aus zum Distress-Signal. Hier ist ein Flüchtlingschip. Kontaktieren wir die mal? Oh. Und da kommt ein Piratenschiff und überfällt uns. Na gut, mal sehen. Hm. Das sieht ja nach Strahlenwaffen und Ionenkanonen aus. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich würde sagen, dann probieren wir mal Mind Control. Hm. Guck erstmal, welche sich zu uns rüberbieben. Die werden ja sowieso gleich erledigt. Okay. Und jetzt kontrollieren wir mal irgendwen. Was haben wir denn hier? Ein Mantis? Das ist doch immer schön. Aber den können wir jetzt nicht kontrollieren. Der macht irgendwas. Na gut. Äh, ja, die haben jetzt die Typen rübergebiehnt. Wo sind sie denn? Hier? Ja. Ja, dann, äh, helft mal dem Kapitän. Die sagen, hier schieße ich einfach auf, äh, einfach mal drauf. Treffen wir ja zwar den Kontrollierten, aber... Was soll's? Oh, unser Kapitän geht bei drauf. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Den schicke ich da auch mal hin. Okay, jetzt können wir schießen. Voll auf die Schilde. Und die Crew, die da drin ist. Kein Nichts getroffen, oh man. Den A-Telebi, den... Ich glaube, der schießt automatisch, ne? Da kann man nix mehr machen. Das war mein Control-Ende. Jo, Volltreffer auf die Schilde. Die Invasion ist auch abgewehrt. Gut, ähm... Ja, jetzt kommt gleich die Scrap-Kanone. Bin ich ja mal gespannt jetzt. Die Schilde sind ja auch komplett erledigt. Die haben auch... Ui, ui, ui. Die haben auch ein... Drone, äh, ein Clone-Apparat. Dann bringt das ja sowieso nichts mit der Crew. Also, ich geb mal einen auf den Clone-Ding. Und oxidieren. Na gut. Ja, unsere Waffen scheinen irgendwie ein bisschen zu... Heftig zu sein, um da irgendwie die Crew klein zu machen. 45 Scrap und die Flüchtlinge geben uns auch noch 31 Scrap. Oh, hier sind ja noch Gegner. Habe ich gar nicht gemerkt. Habe ich gar nicht gemerkt. Gut. Tja. Weiter geht's, ne? Oder ich kaufe mal ein bisschen Energie. Die braucht man ja sowieso irgendwann. Ja, dann, äh, geh ich mal zu so vielen Begegnungen wie möglich. Ich glaube mit den 600 Scrap für dieses Achievement, das wird vielleicht nicht klappen. Da müsste ich jetzt schon anfangen zu sparen. Not too far from the beacon. Hier ist ein zerstörtes Cargo-Chip. Ähm, holen wir mal den Cargo aboard. 50 Scrap. 60 sogar. Joa. Nicht übel. Weiter geht's. Hier könnte man auch irgendwo sehen, was, ähm, die Achievements für dieses Chips sind. Ich glaube hier drauf. Das sind wahrscheinlich Piraten. Joa. Hier könnten wir auch versuchen, die Crew zu erledigen. Aber die Rakete ist natürlich, die stört. Die stört schon. Machen wir mal Mind Control. Der Mantis. Okay, und jetzt, ähm, ja, die Rakete müssen wir abwehren irgendwie. Schicke ich mal an die Defense Drone los. Das wäre eigentlich ein ideales Chip, um das Oxygen ein bisschen zu zerstören. Aber mit der Rakete, das... Ist das überhaupt eine Rakete? Sieht schon sehr nach Rakete aus. Was war das? Achso, Mind Control. Oh, was war das denn? Das sah ja aus wie eine Explosion hier. Eine nukleare. Also, irgendwie... Das Ding, das lädt wohl gerade, ne? Hm. Hm, hm, was mach ich da? Eigentlich müsste ich das vorsichtshalber zerstören, ne? Ein Schild haben sie nur noch. Wie kommt das? Ich glaube, die haben irgendwie einen Ionenpuls veranstaltet. Achso, hier ist eine besondere Sache. Das habe ich ja gar nicht gemerkt. Ein Pulsar. Achso, der, ähm... Der hat die Schilde... Oh, die sind ja komplett außer Gefecht. Uiuiui, da muss ich aber dringend auf die Waffen schießen. Dringend. Oh, ja. Hat auch funktioniert. Mach ich mal das Oxygen noch klein. Tja, jetzt könnte man eigentlich mal gucken, ob er das nicht schaffen hier mit der Crew. Ich müsste, hm, mal jetzt ein bisschen aufpassen, ne, worauf ich schieße. Hm. Jetzt kommt schon wieder so ein Puls. Ionenpuls. Naja, der macht ja wenigstens nichts kaputt, ne? Hier sind jetzt zwei Crewmitglieder, da könnte ich doch eigentlich mal drauf halten. Ah, jetzt flüchten sie. Das ist natürlich ganz ungünstig. Einer ist schon hinüber. Ich kann ja mal... hm... Tja... Eigentlich können die doch nicht flüchten, wenn keiner im Cockpit ist, oder? Vielleicht kann ich den noch umlegen. Ne, er lebt noch. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr viel Spielraum. Ah, Mist. Ich dachte, ich könnte jetzt beide erwischen, aber einer geht raus. Jetzt wollen sie sich ergeben. Ne, 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 ich... Tja... hm... Jetzt kann ich... ich... also ich... hm... Jetzt ist er auch im Cockpit, das heißt, ich muss die jetzt erledigen, leider. Tja... Braucht definitiv irgendeine Waffe, mit der man die Crew klein machen kann. So hat das keinen Zweck. Na, ich wollte ja gucken. Hier, genau hier steht das. Hacking, Mind Control und Batterie. Ja, wir haben natürlich kein Hacking und keine Batterie. Das hier war das mit dem Oxygen, das schaffen wir schon. 600 Scrap, hm... 600 Scrap, das könnte schon klappen, aber... Ja, Hacking und Mind Control, ähm, Batterie, die kosten natürlich auch Scrap, wenn wir die kaufen wollen, ne? Ja... Müssen wir mal sehen, wie viel da noch so zusammenkommt. Eventuell könnte das klappen. Man kriegt ja jetzt mittlerweile auch ziemlich viel Scrap aus den Begegnungen, also... Ein Rebellenschild. Ui... Runde Raketen. Oh, unsere Schilde sind noch außer Gefecht, das war natürlich clever. Sehr clever sogar, wenn die Drohne zum Schuss kommt. Ich würde sagen, ich aktiviere mal unsere... Unsere Drohne macht überhaupt nichts dagegen. Hm. Aber die scheint auch nicht viel zu machen. Okay, okay, ich, ähm, musste mich mal um die Raketen kümmern, wie mach ich denn das? Wow, wow, was war das denn? Diese Drohne scheint ja wohl irgendwie durch die Schilde zu kommen, ne? Sowas wie Raketen sind das anscheinend, dann, hm, mach ich jetzt. Ich würde sagen, ich schieße mal durch die Schilde mit den Raketen und setze erstmal die Drohne außer Gefecht. Oh ja, das hat schon mal ganz gut funktioniert, aber die Drohne... Drohne... Boah, die ballern immer noch rum. Dann bekommen sie nochmal eine Runde. Die flüchten. Oh, das sind ja... Was ist das denn wieder? Da bin ich immer noch nicht so ganz sicher, was das ist. Jetzt wollen sie uns bestechen. Nein. Ho, das war unsere Artillerie. Flack. Aber wir haben aber ganz schön was eingesteckt. 76 Scrap. Da hat es sich aber definitiv mal gelohnt hier, nicht... nicht sich zu bestechen lassen. Mind Control ist beschädigt. Gut, repariert und zurück zum Posten und dann kann es ja weitergehen. Was ist hier eigentlich? Achso, nur ein Nebel. Ja, da sind wir ja mit Absicht reingeflogen. Hm, wie fliege ich jetzt? Ich würde sagen, nehme ich mal die vier mit hier. Hm, hier ist gar kein Planet. Piraten schon wieder. Die wollen eine unserer Crew. Oh, give the Pirates someone off your crew after arming them. Nee, nee, wir greifen die direkt an, was soll's. Die schaffen wir doch locker. Oh, die haben Bomben und so eine Kanone. Hm, hm, hm. Hm. Ich würde sagen, wir kontrollieren erstmal ein Gehirn hier. Ach nee, die teleportieren gleich einen rüber. Dann gucken wir mal, wer das ist. Sieht ja aus, als wenn die den Mantis rüberschicken. Dann mach ich mal den... Oder ich lass den erstmal rüberschicken. Nachher überlegen sie sich das anders, ne? Hm, zwei Typen. Okay. Und jetzt kontrollieren wir mal den Rocker hier. Ach nee, man kann sich das gar nicht aussuchen. Gut, war schon der Richtige. Die greifen hier die Mind Control an. Naja... Ist ja nicht so schlimm. So, jetzt muss ich mal die Waffen außer Gefecht setzen hier. Ich geb mal direkt unsere Raketen darauf. Da will ich lieber kein Risiko eingehen. Einer hat getroffen nur. Dann gehen wir nochmal auf die Waffen. Vor diesen Bomben hab ich immer Respekt. Also wenn so eine Ionenbombe unsere Schilde trifft, dann kann das auch mal ganz schnell vorbei sein. Die haben überhaupt keinen Medi-Bay, keinen Clone-Bay. Hier könnte es tatsächlich mal funktionieren. Tja, dann schieße ich mal den da, der die Waffen repariert, ab. Hm, sie wollen sich ergeben und bieten einen Sklaven dann. Nee, der bringt uns nix. Ich würde sagen, ich schalte den Artillery Beam mal ab. Nicht, dass der das Schiff jetzt zerstört hier. Mind-Control dauert natürlich ewig. Das wäre natürlich gut, aber hm. Die Waffen reparieren lassen wäre auch schlecht. Denn die haben ja Raketen und sowas. Tja. Ich versuche mal die irgendwie so zu erwischen. Ja, hier sind zwei auf einmal, das ist gut. Schieße ich mit Absicht mit dem Ding zuerst. Sodass wir nicht so viel Schaden machen. Ah, Mist, der ist gerade rausgegangen. Der ist gestorben. Tja. Jetzt haben sie natürlich keine Hit-Points mehr. Einen haben sie noch. Tja. Jetzt können wir sie leider nicht mehr treffen. Mind-Control, das reicht natürlich auch nicht. Also... Naja, wenn er das Oxygen jetzt zerstört, müsste eigentlich das Schiff bei drauf gehen. Sollte eigentlich hinüber sein dann. Das stört den hier überhaupt nicht. Der repariert lieber. Hm. Der hat das nicht mal geschafft, na gut. Dann geht's halt nicht. Ich sehe nicht, wie wir die jetzt irgendwie erledigen können. Hm. 42 Scrap, ganz okay. Hm. Hm, hm, ja. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Clone-Bail mach ich an, zur Heilung. auf das Mind Control könnte man noch warten. Mache ich mal. Ist ja eigentlich immer ganz lustig. Okay, weiter geht's. Ich fliege mal hier unten hin, dann dahin, dann zum Distress Signal. Dann müssten wir wahrscheinlich auch schon zum Exit hin. Hm, das sind ja Soltan. Soltan-Piraten. Da müssen wir jetzt volles Brot drauf, um diesen Schild zu zerstören. Das hier eine Rakete. Dann müsste ich ja mal die Drohne... Oh ja, da muss die Drohne los. Und Mind Control nicht vergessen. Und da den... Das geht nicht. Ah, wegen des Supershields, ja. Hey, da hat unsere Drohne tatsächlich die Rakete abgeschossen. Das gefällt mir. Das war jetzt ein bisschen planlos. Jetzt können wir wenigstens Mind Control machen. Da nehme ich natürlich den Rock an. Das war's. Was geht hier ab? Na, wo? Was macht denn unsere Drohne? Hm. Dann schieße ich mal lieber auf die Waffen. Ja, da nippeln wieder unsere Typen ab. Oh, das war der Atelier-Beam. Ja, den sollte ich vielleicht wegmachen. Ähm, tja. Die haben leider Medibay. Ich denke mal, das wird sowieso nix hier. Ah, der geht sich jetzt auch heilen, glaube ich. Nee. Tja, ich denke, das wird sowieso nix. Deswegen versuch's nochmal, aber ich glaube nicht dran. Ja, jetzt gehen sie auch schon zum Heilen hier. Ja, das konnte nix werden. 73 Scrap. Das mit den 600 könnte definitiv noch klappen. Hier ist auch noch ein Distress-Signal. Hm. Beide werden wir wohl nicht schaffen. Deswegen gehe ich mal da hin. Tja, ich würde sagen, das mache ich in meiner nächsten Folge. Diese hier ist schon ein bisschen lang geworden. Dann, äh, bis zum nächsten Mal.